Heute werden wir mit einem relativ coolen Projekt, wie ich zumindest mal finde, anfangen. Wir werden heute mit einer Bodenabsaugung, beziehungsweise im Englischen einem Floor Sweep, soweit ich weiß, anfangen. Als ich meine Absauganlage neu aufgebaut habe, habe ich extra ein paar Ausgänge an der ganzen Anlage so gestaltet, damit ich diesen Floor Sweep auch später, also jetzt problemlos, dran bauen kann. Wir nennen das Ganze in diesem Video jetzt einfach mal Bodenabsaugung und die Bodenabsaugung wird hierher kommen. Das ist ein Platz direkt neben meiner Hobelbank und der Säulenbohrmaschine. Das bedeutet, hier fallen relativ viele Späne an. Und mit dieser Bodenabsaugung möchte ich dann einfach die ganzen Späne, die hier auf den Boden fallen, direkt unter die Anlage kehren, damit sie dann weggesaugt werden. Hier wird im Prinzip später so ein Rahmen hinkommen, wo ich dann einfach die ganzen Späne reinkehren kann und die Anlage saugt das Ganze dann einfach weg. Klingt eigentlich mal ganz cool, oder? Und ich denke, wir werden damit jetzt einfach mal anfangen. Für dieses ganze Projekt werden wir einfach so ein paar MDF-Abschnitte benutzen, die ich noch von anderen Projekten übrig habe. Da kommt ich endlich auch mal weg. Das ganze Ding kann man eigentlich wirklich so gestalten, wie man es möchte. Da gibt es nur eine Kleinigkeit, auf die man vielleicht aufpassen sollte, damit das Ganze auch später praktisch wird. Und das ist die Breite eures Besens. Das Ding sollte nicht viel schmäler als der Besen hier sein. Und der Absaugschlauch muss natürlich auch noch oben drauf passen. Das hier ist ja mal eine Trüdelecke, die man glaube ich so gut wie nie zu Gesicht bekommt, weil hier im Prinzip nur die Drechselbank steht, die ich sowieso fast gar nicht benutze. Aber da unten um die Schläuche geht's. Und einen von beiden werden wir auf jeden Fall brauchen. Wir nehmen einfach mal beide. Hier in diesem Rohr ist noch ein bisschen Schmierfett, was ich damals noch drauf gemacht habe, damit ich die Anlage zusammenbauen kann. Und das werde ich jetzt einfach mit ein bisschen Pressen rein, nicht einmal wegbringen. Das hier wird auch im Prinzip das Verbindungsteil zwischen Schlauch und Absauganlage sein, denn wir werden einfach hier das Ganze kappen und dann kann der Absaugschlauch hier unten rein und dann haben wir einfach ein Verbindungsstück, was unten an die Absauganlage kann. Ich habe alle Öffnungen der Absauganlage, die noch frei sind, so gestaltet, dass immer hier dieses Stück da rauf passt. So ist es einfach ein bisschen einfacher, wenn man dann Dinge zur Absauganlage hinzufügen möchte. Und das werden wir erstmal abschneiden. Ich habe das Gefühl, diese Bandsäge hier kommen mittlerweile fast in jedem Projekt dran. Es ist aber auch einfach eine super gute Maschine. Das hier werden wir jetzt auch mal direkt abtrennen, denn vielleicht werden wir das gleich noch drauf machen. Und mit diesem Two-Cut kann man hier diesen Grat relativ leicht wegkratzen. Wir werden jetzt hier ein Stück von diesem Ring rausschneiden, denn das wird im Prinzip später in das MDF-Stück eingelassen, damit wir einen sauberen Übergangspunkt haben. Hier dieses KG-Rohr muss jetzt hier rein. Und da gibt es einen kleinen Trick, damit es einfach ein klein wenig leichter geht. Ihr drückt jetzt einfach das ganze Rohr weiter zusammen, als es eigentlich muss. Dann sieht es ungefähr so aus. Und das könnt ihr dann ganz einfach hier in das Rohr einlassen und zieht dann das Ganze in dem Rohr auseinander. Es hat kurz geklackt und jetzt könnt ihr es passend rausziehen. Und jetzt können wir einfach für dieses KG-Rohr eine feine Öffnung rausschneiden und das dann später noch vielleicht mit Malacryl abdichten. So sieht das Ganze einfach ein klein wenig sauberer aus. Und es hat jetzt wirklich nicht lange gedauert. So, jetzt kümmern wir uns um das Holzteil, was auf den Boden kommen wird. Übrigens werde ich euch auch hier wieder alles einfach in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr auch alle Teile, die ihr für dieses Projekt braucht, finden werdet. Den Schlauch hier kann ich zum Beispiel wirklich empfehlen. Den habe ich mir damals gekauft, als ich noch relativ jung war, sowieso selbst noch nicht so viel Geld hatte und da einfach das Günstigste holen wollte. Das ist ein Fleckschlauch, das bedeutet, wenn die Absauganlage eingeschaltet wird, zieht der sich einfach zusammen. Und wenn ihr den Schlauch geliefert bekommt, dann sieht der auch relativ kurz aus. Ihr müsst den wirklich komplett auseinanderziehen, um den auf die Länge zu bekommen, wie es auch in der Produktbeschreibung steht. Ich würde euch hier einfach empfehlen, anstatt zweieinhalb Meter direkt fünf Meter zu bestellen. Ihr werdet sowieso genug von dem Zeug hier brauchen und dann seid ihr mit fünf Meter einfach auf der sicheren Seite. Ich glaube, ich habe hier in der Werkstatt zwölfeinhalb Meter oder so verbaut. Er ist aber so an sich halt super günstig. So ein richtiger Absaugschlauch ist schon ein gutes Stück teurer als dieser hier. So, jetzt müssen wir uns hier rumkümmern. So, die Öffnung werden wir mal 40 breit machen. Wir werden uns jetzt ein bisschen Krippband holen und diesen Ring hier zusammenkleben. So können wir damit nämlich einfach die Öffnung direkt auf dem Holz anzeichnen, die wir gleich ausschneiden müssen. So, wir werden das Ganze hier 18 breit machen und 43 lang. Das werden wir jetzt einfach mal zuschneiden. Und jetzt können wir uns einfach mal die Mitte markieren und dann das Loch ausschneiden. Jetzt nehmen wir uns einen Zirkel und markieren uns einfach in irgendeiner Größe hier einen Kreis drauf. Jetzt können wir nämlich diesen Ring hier holen und legen ihn einfach so hier rüber, dass alles so ein bisschen gleichmäßig dass alles einen gleichmäßigen Abstand hat. Und hier müsst ihr auch drauf achten, dass ihr dieses KG-Rohr nicht hier oben mit der abgerundeten Seite auflegt. Denn wenn ihr das anzeichnet, macht ihr das Loch zu klein. Dann müsst ihr später viel mehr nachschneifen. Und das werden wir jetzt einfach mal ausschneiden. Ein Vorstnerbohrer. So, wir machen es jetzt einfach mal aus. Das hier ist ein Spründelschleifer und mit dem geilen Teil werden wir jetzt hier das Restmaterial wegschleifen und ihr habt ja gesehen, ich habe das ganze Material weggebohrt, denn ich wollte jetzt einfach keine Stichsäcke rausholen, dann geht das hier halt definitiv schneller. Geile Maschine. Ab und zu reinige ich einfach hier die Schleiftrommel mit so einem Reinigungsfummi und dann könnt ihr die Trommel auch direkt schon wieder viel besser benutzen, weil das Schleifen hier wieder frei ist. Und jetzt können wir hier dieses Teil auch ganz einfach in diese Öffnung hier rein drücken. Das Ganze wird später einfach mit ein bisschen Silikon dann dicht gemacht. Da kommt ja auch keine Belastung drauf, deswegen sollte das kein Problem sein. Und jetzt müssen wir noch fast hier um das Ding herumbauen, dass wir hier vorne im Prinzip die ganze Absaugleistung abzwacken können. So und jetzt können wir das Ganze einfach ganz schnell zusammenschrauben. Jetzt kann ich auch übrigens mal das erste Mal hier so ein Glue-Bot benutzen und das hier ist noch der kleine. In dem großen habe ich noch kein Leim drin, aber das macht mal einen relativ coolen Eindruck, das hier. Das Ganze drücken wir jetzt einfach nur kurz fest und gleich werden wir ein paar Nägel eintreiben. Die Nägel sind im Prinzip für nichts anderes da, außer das Ganze jetzt festzuhalten, bis der Leim trocken ist. Später wird der Leim den Rest tun. Das Ganze machen wir auf der anderen Seite jetzt auch. Und jetzt können wir mal unseren Schlauch nehmen, beziehungsweise unser Rohr und das Ganze hier einbauen. Das Ganze werden wir jetzt einfach mit ein bisschen Isolierband festmachen. Und jetzt schaue ich einfach hier mit dem Ring, wie weit ich den Schlauch hier rausstehen lassen muss, damit das Ganze passt. Das Ganze hatte immer noch so ein bisschen Spiel, von daher sollte das hier gut funktionieren. Und ich denke, ich werde ihn einfach in der Mitte durchschneiden. Und jetzt müssen wir das Ganze so ein bisschen abdichten. Und auch hier werden wir einfach wieder ein bisschen Isolierband benutzen. Und jetzt kommen wir zur Installation. Und ich werde jetzt mal keinen Gummiring hier oben rein machen, denn durch den Absaugschlauch hier oben klemmt der das Ganze hier oben so ein bisschen ein. Also er klemmt das so weit ein, dass es fest genug ist. Und das Ganze hier unten werden wir jetzt einfach hier unten reinklimmen. Das können wir jetzt festschrauben. Und jetzt können wir das Ganze einfach mal ausprobieren. Klar müsst ihr hier jetzt immer sehr, sehr aufpassen, dass ihr keine großen Holzstöcher da rein kehrt, denn das könnte halt das Flügelrad eurer Absauganlage beschädigen. Das kann man doch auch noch mal ausprobieren. Und weil es so schön ist, habe ich da unten gerade noch die zweite Bodenabsaugung mal endlich fertig gebaut. Ich bin jetzt auch echt froh, dass ich diese zwei Dinger mal fertig gebaut habe, denn genau an diesen Punkten sammelt sich halt immer super viel Dreck. Da hinten an der Absaugung habe ich ja schon erklärt, warum sich da so viel Zeug ansammelt, halt einfach wegen der Säulenwohrmaschine und der Werkbank. Da stehe ich immer, fräse zum Beispiel was und da kommt wirklich relativ viel Material zustande, was dann wirklich überall auf dem Boden rumliegt. Und hier entsteht auch wirklich immer relativ viel Dreck, der auf dem Boden liegt. Denn meine Absaugung hier in der Hobelmaschine ist halt eben nicht hundertprozentig ausgereift, sagen wir es mal so. Da fliegt immer relativ viel Material unten raus, wenn ich was abrichte. Ich könnte das zwar noch optimieren, aber ich bin glaube ich schneller dabei, wenn ich einfach dann dreimal hier mit dem Besen über den Boden gehe und schiebe das dann einfach da unten in die Absaugung. Das funktioniert auch gut genug. Vor allem darf man nicht vergessen, dass ich da noch gleich die Sägespäne, die die Tischkreissäge produziert und zum Beispiel da vorne rausfallen, auch gleich mitkehren kann und kann sie auch dort reinschieben. Und da hinten, das ist noch ein Ecken für sich. Da muss ich die Absauganlage noch ein bisschen weiterführen. Das wird irgendwann wahrscheinlich mal ein eigenes Projekt. Aber da wird garantiert auch eine Bodenabsaugung hinkommen. Denn wenn ich da hinten auf den Boden schaue, sehe ich viel zu viele Späne. Aber um die werden wir uns irgendwann mal kümmern. Das soll es für heute auf jeden Fall mal gewesen sein. Ich weiß, das war ein wirklich super, super einfaches Projekt. Aber glaubt mir, mit diesem einfachen Ding werdet ihr so viel Ordnung in eurer Werkstatt schaffen. Denn bei mir war es zum Beispiel immer so, ich habe mir einen Platz ausgesucht und da habe ich immer alle Späne hingekehrt. Und dieser Haufen wurde halt mit der Zeit immer größer. Und den Haufen gibt es jetzt nicht mehr, weil ihr das ganze Zeug einfach direkt wegsaugt. Und wenn du das Ganze nachbauen würdest, wäre es glaube ich ganz witzig, wenn du davon ein Bild machen würdest und würdest es dann an meine Facebook-Seite senden. Und dort könnte es sich dann jeder anschauen, wie du das Ganze gelöst hast. Es ist sowieso immer relativ witzig zu sehen, wie jeder so ein Problem auf seine eigene Art und Weise löst. Ja, alle Links werdet ihr... Natürlich findet ihr alle Links in der Videobeschreibung, in der Endcard und sowieso überall. Ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Montagnachmittag. Ciao.